Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1083. Und heute habe ich grundlegend drei Themen. Ja, ich habe beim Löschen ein bisschen viel von den Themen weggelöscht. Ich bin müde. Und dann waren es nur noch deren drei, obwohl eines ein Mehrfachthema ist. Aber beginnen wir. Der Steve Wozniak, Xiaomi und GT4421. Genau. Zuallererst der ehemalige Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, der immer wieder mal in den Medien ist. Mal positiv in Richtung Apple, mal ein bisschen in eine andere Richtung, mal ein bisschen Richtung Umwelt etc. Der geht jetzt auch in den Weltraum. Nicht persönlich wahrscheinlich, sondern ein bisschen anders. Denn er möchte ein Raumfahrunternehmen gründen. Oder er hat es gegründet, besser gesagt. Das sich nicht um eben Raumflüge, Tourismus etc. handelt. Sondern es geht darum, im Weltraum aufzuräumen. Und das ist ja dringend notwendig. Dann da fliegen Dinge rum, die einfach nicht mehr da hochgehören. Und einer sollte sich dem Ganzen annehmen. Und anscheinend ist er jetzt derjenige, der das tun möchte. Ich bin mal ganz gespannt, wie er das tun möchte, was da alles für Möglichkeiten, für Ideen dahinter sind. Und ja, bin wie gesagt gespannt. Dann hatte heute Nachmittag Xiaomi seinen grossen Auftritt und hat unter anderem das Xiaomi 11T und das Xiaomi 11T Pro vorgestellt. Also zwei High-End Flaggschiff Modelle, ja, halt eben gegen Apple gerichtet. Immer auf die gleiche Zeit wie mit dem iPhone kommt die T-Serie oder die aktuelle oberste Serie, sagen wir es so rum. Und die hat alles Mögliche drin. Je nach Modell, Mediatek oder Qualcomm, Snapdragon Prozessoren, hat 8 GB RAM und so weiter und so fort, Schnellladung und viele Kameras oder wie gesagt grosse Kameras. Und kommt per 8. Oktober, respektive 1. Oktober auf den Markt. Also ein bisschen länger als das iPhone braucht, aber es kommt nächstens auch auf den Markt. Auch haben sie gezeigt, einiges anderes noch. Das Auffälligste sicherlich, ein Tablet von Xiaomi zu einem anständigen Preis, wie Xiaomi meint. Es soll gut verarbeitet sein, guten Bildschirm haben und alles andere wird sich zeigen. Es setzt natürlich an, der nächste iPad-Killer zu sein. Ja, das werdet ihr in nächster Zeit noch immer wieder mal ein bisschen hören, nachdem es länger ruhig war um den Tablet-Markt und Google eigentlich gar nichts mehr tut dafür. Da tun jetzt die Hersteller ein bisschen was, denn es kommen in den nächsten Wochen das eine oder andere weitere Tablet. Wir dürfen da gespannt sein, wie sich die dann schlussendlich schlagen werden. Denn die Krux ist da wie immer die Apps, die da drauf kommen. Auch vorgestellt hat Xiaomi das neue Xiaomi Mi Band 6. Nee, das ist nicht neu, aber das Teil kommt jetzt nach Deutschland. Was ist an dem so speziell? Das war das erste sehr günstige und einfache Wearable, was es auf dem Markt gab, das da wirklich ein bisschen einen Umbruch gemacht hat in dem Bereich. Das Teil hat NFC und somit die Möglichkeit von einer Bezahllösung. Was und wie, in welcher Version das Ganze dann funktionieren wird, wird sich noch zeigen. Aber ja, es kommt schon bald. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Hinweis auf die GT4421, die gerade am Rendern ist und gerade in dem Augenblick fertig wurde. Das heisst, sie ist online. Ihr könnt es in den Show Notes anklicken und nahtlos in die neue Episode vom Geek Talk News Format übergehen. Da habe ich übrigens mit dem eigentlich nur Mike über die aktuellen Technikthemen gesprochen und das Apple-Event und dann kam der Achim überraschend dazu. Aber das ist schon zu viel des Spoilers. Bis bald, euer Poughkeepsie. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.